Hi! Ich habe abgegradet. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass du das Video genau in diesem Stil siehst. Denn meine 5D geht in Rente und wird ersetzt durch eine S6. Und das ist jetzt kein Unboxing-Video, kein Review-Video oder sonst irgendwas. Ihr kennt mich ja, das ist nicht mein Style. Die Box ist eigentlich leer. Das war jetzt nur zur Deko, um mal zu demonstrieren, was ich eigentlich zeigen wollte. Denn ja, was hat es für Vorteile, dass ich jetzt eine andere Kamera genommen habe? Warum zur Hölle ändere ich mein Equipment, mein System, obwohl ich eigentlich mehr als genug Videos dazu aufgenommen habe, dass man es ja eigentlich nicht braucht? Naja, der erste Grund ist der hier. Dem ein oder anderen dürfte aufgefallen sein, dass sich die Bildqualität von diesem Video gerade ein kleines bisschen verbessert hat. Es sieht ein bisschen anders aus und ihr habt es vielleicht in den letzten Videos schon gesehen. Viele von diesen Videos wurden mit einer R6 gefilmt. Und ich möchte einen gleichbleibenden Stil drin haben. Das ist schon mal die eine Sache. Und zweitens, momentan ist es bei mir einfach so, dass ich mehr Video-Jobs als Foto-Jobs habe. Ich möchte diese Kamera tatsächlich nicht zum Fotografieren benutzen, sondern überwiegend zum Filmen. Gut, Matthias, warum holst du dir dann keine Filmkamera wie eine C200? Ich habe ja auch schon Videos mit einer C200 gemacht. Auch hier auf dem YouTube-Kanal findest du ein paar mit dieser Kamera und die sieht echt geil aus. Aber es ist nicht das Gleiche. Erstens mal, es wirkt anders. Zweitens mal, selbstverständlich wird sie auch zum Fotografieren benutzt. Es wäre ja dämlich, wenn ich mir jetzt eine reine Filmkamera holen würde, um mir dann, ja, weil ich auch irgendwann mal wieder eine Fotokamera brauche, nochmal eine Fotokamera zu holen. Ich finde, die R6 ist eine schöne Hybrid-Variante, eine schöne Kombination aus einer sehr guten Fotokamera und natürlich auch einer sehr guten Kamera für Videos. Das war eigentlich einer der Hauptgründe. Es geht ums Filmen. Denn ich weiß nicht genau, ob ich euch jetzt Ausschnitte zeigen darf, ob ich euch Ausschnitte zeigen kann, aber es war einiges. Vielleicht ist schon was fertig, dass ich das in das Video hier mit reinbauen kann. Vielleicht habe ich da eine Freigabe bekommen. Gut, ihr werdet sehen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich dieses Video hochladen werde. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, Kameras haben natürlich eine gewisse Haltwertszeit. Und natürlich ist es so, dass die da drüber hinaus gehen können. Das heißt, nur weil jetzt eine 5D auf 150.000 Auslösungen ausgelegt ist und die beide hier mehr haben als 150, weit mehr als 150. Ich kenne die genaue Zahl nicht. Ich glaube, ich habe von einem halben Jahr habe ich mal nachgeguckt und da waren sie beide schon drüber. Seither habe ich ja auch noch fotografiert. Nur weil das so ist, heißt es ja nicht, dass die morgen kaputt gehen. Aber was wenn? Da muss eine Ersatzkamera her. Und das ist jetzt für mich kein wirklicher Grund gewesen, eine neue Kamera zu kaufen. Und es sollte auch für dich kein wirklicher Grund sein, eine neue Kamera zu kaufen, weil du mit der alten schon zu viel fotografiert hast oder sowas in der Richtung. Aber Kameras gehen irgendwann mal kaputt. Und gerade mal, gerade wenn man darauf angewiesen ist, gerade wenn man jetzt Hochzeiten fotografiert und hergeht und halt Jobs hat, wo man halt nicht mal sagen kann, war jetzt zwar doof, dass das nicht geklappt hat, aber hey, komm, wir machen das Shooting morgen oder nächste Woche. Fotografieren wir einfach nochmal. Ist ja gar kein Thema. Sondern es muss laufen. Und dann kann ich halt nicht sagen, sorry, geht gerade nicht. Und ja, deswegen bin ich meistens hergegangen und habe mir entweder noch eine Ersatzkamera dazugeliehen oder, wenn ich sie gerade wegen einem Video gebraucht habe, auch noch eine Kamera geliehen, um das Video zu filmen. Und das war ein Riesenstress zum Teil. Wenn es kurzfristige Aufträge waren, der Kunde gesagt hat so, hey, pass mal auf, ich brauche ein Video, 4K, so und so sieht es aus, wir filmen nächste Woche. Wo ich dann sage so, ja, okay, muss ich mal schauen, ob da eine Kamera bei meinem Leihdienstleister frei ist. Und es war oft machbar, aber es war ein Riesenstress. Und gerade, weil ich mir über das Jahr zusammengerechnet habe, was ich denn für das Kameraleihen ausgegeben habe und ja, was die Kamera eigentlich kostet, hat sich das jetzt quasi ausgeglichen. Also in zwei Jahren rechnet sich die Kamera allein dadurch, dass ich nichts mehr leihen müsste. Waren halt jetzt mehr Videoaufträge. Das kann man halt nicht immer so 100% abschätzen, aber es ist eine Investition, die sich definitiv ausgezahlt hat und von der ihr auch ein klein bisschen mehr bekommen werdet. Weil, schaut es euch an, ich finde es richtig genial. Sieht echt cool aus. Sieht echt cool aus. Und deswegen ist es auch noch einen Schritt nach vorne. Ich habe noch einen dritten Punkt, der euch auch sehr, sehr zur Gute kommen wird. Denn natürlich ändert sich Kameratechnik. Natürlich kommen immer mal wieder neue Sachen raus. Und ja, ich habe in der eigenen Community, in der Akademie öfters mal Fragen zu gewissen Kamerafunktionen und zu gewissen Kameramodellen. Und natürlich habe die Kameras schon benutzt. Und also einige davon, oder die Funktionen schon mal benutzt, habe mich schon mal damit beschäftigt. Aber natürlich geht es, wenn man jetzt für eine Woche so eine Kamera hat und da halt einfach mal sagt, komm, ich filme ein paar Aufträge und die Aufträge kommen auch geil raus. Ich war halt nicht mega in der Tiefe drin. Und das möchte ich ändern. Ich möchte quasi sowohl kameratechnisch auf dem Niveau bleiben, auf dem viele sind mit DSLRs. Die werden weiterhin im Einsatz bleiben. Aus mehreren Gründen. Erstens mal, weil es ein Bedienkonzept ist, das ich absolut liebe, weil es ein Brocken ist, dem, ja, wenn ich die jetzt in die Hand nehme, ist das ein komplett anderes Gefühl, wie wenn ich hier halt eine 5D in der Hand habe. Da hat man echt das Gefühl, ja, man hat halt ein Stück Aluminium. Ist das Aluminium in dem Gehäuse? Ich weiß es gerade nicht genau. Man hat halt einen Klotz in der Hand, der auch mal was aushält. Der sich jetzt auch gerade nicht komplett verabschiedet, nur weil ich mal irgendwo angeeckt bin und der auch einfach macht, was ich von ihm will. Keine KI-Technik und sonst irgendwas und irgendwelche Erkennungsautomatismen Funktionen, die einem irgendwie reinpfuschen. Das Teil läuft einfach. Das ist schon mal der eine Part. Ich möchte hier auf jeden Fall bleiben und ich will wissen, wie weit die Kameras im Endeffekt gehen, wie weit ich die Auslöser technisch mal schubsen kann. Ich will wissen, wann sie kaputt geht. Aber es gibt natürlich auch den zweiten Part. Es gibt Fotografen, beziehungsweise ich selbst natürlich auch, die stehen auf Technik. Die wollen wissen, was so neue Kamerafunktionen sind, was hier alles machbar ist, wie man damit vielleicht seine Fotografie angehen kann, wie man hier vielleicht auf einem komplett anderen Weg ist. Und das will ich natürlich selber auch erkunden. Nicht, weil ich sage, ich habe die Kamera in der Woche oder zwei, drei Tage oder in einem Kooperationsprojekt für mal einen Monat oder sowas in der Richtung, sondern ich habe sie wirklich immer in Gebrauch. Ich werde mit beiden weiter fotografieren, also sowohl mit der alten als auch mit der neuen. Ich will auch die neuen, so viele Projekte integrieren, wie es in dem Moment machbar ist. Außer sie ärgert mich zu sehr, weil sie mir die falschen Gesichter erkennt. Wir hatten da schon mal unsere Diskussionen, aber das ist vielleicht einfach nur Gewohnheitssache. Doch Gewohnheit entsteht erst, wenn man es ein kleines bisschen länger verwendet. Und das war jetzt im Endeffekt mein Einblick. Das sind die großen Punkte. Das Teil ist auch nicht gesponsert und ich habe es nicht billiger bekommen, nur weil ich ich bin oder sowas in der Richtung, weil ich bei Kennen anrufe und mir 20 von den Dingern bestelle. Und nein, das sollte jetzt auch kein Werbevideo sein. Ich packe tatsächlich keinen Link drunter. Also es war eigentlich nur einfach mal ein Einblick in meinen Kopf. Ich wollte einfach nur mal kurz zeigen, warum habe ich mich dafür entschieden, jetzt ein Upgrade zu machen, obwohl ich lange Zeit was gegen DSLMs hatte. Ich habe jetzt immer noch was gegen DSLMs, also diese Probleme in Anführungszeichen, das, was mir immer noch so fehlt. Das war, das ist auch heute noch so. Wenn ich es gerade vergleiche, hier, ich habe hier meine Lieblingsknöpfe obendrauf. Im Übrigen, das ist jetzt der gigantische Vorteil. Ich habe eine Kamera mit Autofokus. Wunderbar. Ich habe hier oben meine Lieblingsknöpfe. Mit denen kann ich alle Funktionen in dem Moment ansteuern, die ich brauche. Da ist der Weißabgleich direkt da, der Serienbild ist direkt da und der so wäre das direkt da. Den gibt es auf den spiegellosen Kameras einfach nicht, beziehungsweise bei der S6 einfach nicht, weil da ist kein Platz. Die Kamera ist viel zu klein. Das ist schon mal so ein Nachteil, den ich in dem Moment sehe. Das ist der Größe, der mir aufgefallen ist. Es werden noch viele, viele weitere kommen, wette ich, weil es in jedem System Nachteile gibt, aber es gibt auch jede Menge Vorteile. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Ich glaube, ich mache einfach mal so, ich habe ein Jahr mit der Kamera gearbeitet und das ist mein Ergebnis-Review-Video. Ich sollte noch am Titel arbeiten, aber das werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Das war es im Endeffekt jetzt. Einfach mal so ein kurzer Einblick in meinen Kopf, ein kurzer Einblick darin, warum ich das gemacht habe und es wird auf jeden Fall weitergehen und die Qualität hier, das Optische und auch das, was dann später draußen drinnen in allen möglichen Videos machbar ist, wird sich ein kleines bisschen verändern. Und zwar dauerhaft. Nicht, dass ich jetzt sage, ich mache zwei Videos mit der und dann wird es wieder zurückgeschickt. Ich hoffe es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, gleich kommt Rauch raus. Wenn das alles funktioniert, wird es auf jeden Fall hier weitergehen. Cool, dass du jetzt mit dabei warst. Schreib gerne in die Kommentare. Das wäre echt eine geile Idee. Ich habe immer so Kommentar-Aufforderungen. Ich glaube, wir machen mal, wenn du budgetmäßig unbegrenzt wärst. Was wäre realistisch betrachtet? Nicht einfach nur, weil es geht, jetzt sagen, ich hole mir eine R3 oder eine, ich weiß nicht genau, Sony A7 IV, sind wir da schon, bei der Vierer, bei der Fünfer, ich weiß es nicht genau. Ist ja egal, jeder in seinem Bereich. Was würdest du für eine Kamera holen, wenn Geld keine Rolle spielt? Bei mir ist es definitiv so, ich glaube, ich würde nicht höher gehen. Ich habe mit der R5 schon fotografiert und ja, die R3 ist ganz interessant, aber ich glaube, ich würde nicht höher gehen. Egal, was für Budget in dem Moment hinten dran steckt. Gut, okay, das war es für heute. Ich bin gespannt, was ihr da drunter schreibt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Sorry. Vielen Dank.